Das Hauptretten des Tages, meine Damen und Herren. Um 16.45 Uhr, Rayspads 134, deutsches St. Ledger. Also ein tolles Rayspads, 134. deutsche St. Ledger steht jetzt ab. Pferde werden gleich den Thüringen verlassen und zum Start aufgaloppieren. Vorne die Stimme bei Barasani, jetzt kommt Sweet Tottles mit spätem Angriff. Der Mitarbeiter Nesto Muncheiner, es geht Sweet Tottles, die Witte-Kind-Programme an die Spitze. Der Nesto aber ist noch ein Gegner, aus der Muncheiner mit einem Angriff, Abler innen. Aber Sweet Tottles ist der Lechardiner Sweet Tottles, der Witte-Kind-Programm gewinnt.